Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir empfehlen Ihnen heute Abend 19 Uhr, 30.11. ein tolles Thema, Aufstieg, 16 Möglichkeiten, wie wir Deutschland demnächst besser machen können, mit der Moderation Frank Falkenauer sowie der Bundesvorsitzende der jungen Unternehmer Sana Röser und dem Abgeordneten des Bundestages Ole Rücksitsch. Schalten Sie ein, es wird spannend. Leistung muss sich wieder lohnen. Wir freuen uns auf eine spannende Diskussion heute Abend. Hallo, ich bin Frank Falkenauer und freue mich jetzt auf Oliver Luxitsch und auf Ladies First Sana Röser. Ja, ich freue mich auf die Diskussion heute Abend zum Thema Aufstieg. Wir haben momentan ein historisches Zeitfenster, um eingefahrene Strukturen zu hinterfragen und neue Lösungen auszuprobieren. Und lasst uns jetzt mal mutig sein und notwendige Reformen anpacken. Und ich freue mich auf das Gespräch heute Abend hier zum Thema Aufstieg. Aufstieg ist das Thema bei der heutigen Diskussion. Ich glaube, Deutschland ist oft sehr oft von Angst geprägt. In der Vergangenheit Klima, Migration, jetzt Corona. Wichtig ist, dass wir wieder rationale Distanz haben. Ich habe das Empörung genannt und Optimismus. Das ist die Voraussetzung, dass es wieder aufwärts geht in unserem Land. Talents, Technology and Tolerance hat ein US-Ökonom gesagt. Das brauchen wir wieder in unserem Land, damit es wieder nach vorne geht. v v v a v v